In den Filmen von Kornil Mundruzzo tragen die Superhelden keinen Umhang, sondern die Last der Welt auf ihren Schultern. Dadurch weckt der ungarische Regisseur unseren Glauben an Wunder. In Jupiters Moon, der in Deutschland im April 2018 anläuft, kann ein syrischer Flüchtling plötzlich in der Luft schweben, nachdem er beim Versuch, die Grenze zu überqueren, niedergeschossen wird. Wunder sind so wichtig wie die Wirklichkeit. Der Ort, an dem wir leben, ist nur ein Teil der Realität. Es gibt immer noch ganz viele andere Tore. Ich frage mich, warum wir träumen und wohin wir beim Träumen reisen. Wie weit kann man sich von der eigenen Realität entfernen, wenn man zehn Sekunden lang schläft? Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich glaube, dass wir nicht allein sind und nicht nur in dieser Wirklichkeit hier existieren. 2013 arbeitet Kornil in einem ungarischen Flüchtlingslager an einer Videoinstallation für ein Theaterprojekt. Erschüttert schreibt er danach das Drehbuch zu Jupiters Moon, in dem sich ein Arzt die Superkraft des Flüchtlings zunutze macht, um sich auf Kosten seiner Patienten zu bereichern. Hier rechen sich Arian und Dr. Stern bei einem Patientenbesuch an einem Neonazi. Für den Dreh dieser Plansequenz schöpft der Regisseur aus seiner Theatererfahrung. Zwei Kräne und ein Raum, der sich durch Motorenkraft dreht. Und die Szene ist im Kasten. Was das Publikum im Theater annimmt und sich wünscht, ist viel radikaler und krasser, als das, was es von Filmen erwartet. Die heutigen Filme sind konservativ. Ungarn hat seine eigene filmische Sprache. Von Miklos Jontschow bis Bilo Tor. Es geht darum, einfach da zu sein. Die Bewegungen sind vielleicht ausdrucksstark, aber es gibt keine Schnitte, nur das rein organische Leben. Von Schöne Tage, in dem eine Frau ihr Baby verkauft, bis hin zu Delta, in dem Inzest infrage gestellt wird. Cornel wagt sich an Tabuthemen. Im Jahr 2000 veröffentlicht der Absolvent der Budapester Universität für Theater und Filmkunst seinen ersten Spielfilm. Und oft übernimmt Cornel selbst eine Rolle. Wie hier 2010 in Tender Sun, das Frankenstein-Projekt, in dem er einen Regisseur mimt. 1975, im kommunistischen Ungarn geboren, wächst Cornel bei seinem Großvater, einem Pfarrer, auf. Ich erinnere mich an die endlosen Messen, bei denen wir ewig in der Kirche ausharrten. Meistens war sie völlig leer, weil nur sehr alte Menschen in die Kirche gingen. Für mich war das eine traumatische Erfahrung, zu sehen, dass wir unseren Glauben verloren haben und gar keine Verbindung mehr zu Gott besteht. Diese Orte haben keinen Sinn mehr. Was ist denn ihr Zweck? Aber die Bilder, die Ikonen und die Geschichten haben mich nie losgelassen. Mit Johanna interpretiert Cornel die Passion der Jeanne d'Arc. Als wieder ins Leben zurückgeholte Drogenabhängige heilt sie ihre Patienten, indem sie mit ihnen schläft. Was machst du? Was machst du? Der 2014 erschienene Film Weißer Gott oder Underdog handelt von einem rudelstreunender Hunde, das gegenüber den Menschen die Reißzähne zum Einsatz bringt. Für diesen Film lässt Cornel Mundruzow 274 Fellnasen aus ungarischen Tierheimen abrichten. Nach dem Dreh kommen sie alle zusammen in einem Tierheim unter. Als wir die Hunde dort hinbrachten, begannen sie zu bellen, weil sie wieder dasselbe fühlten wie zuvor in ihrem Leben. Das hat mich so traurig gemacht, dass ich nach einem Jahr Abstinenz wieder mit dem Rauchen angefangen habe. Für mich war das der härteste Tag von allen. Underdog wird im selben Jahr in Cannes ausgezeichnet. Und sogar Luke und Boddy, die Zwillingshunde, die den vierpfotigen Helden des Films darstellen, erhalten einen Palm Dog Award. Den Preis für die beste schauspielerische Leistung eines Hundes. Die Zwillingshunde Die Zwillingshunde Die Zwillingshunde Es hat ein...